Wir können hier mal auf OP waffen. Wir haben alle OP waffen. Wir haben die Waren aus. Das ist keine Schlachtensinn, weil wir totalen Overpop haben. Aber ich will irgendwo sparen, wo wir kämpfen. Hier, da, geht doch mal. 60 gegen 40. Ja, Mukalan, ne? Was? Mukalan. Wenn wir das weitergehen gehen. Komm, aber auch nicht. Ich mach jetzt wieder leichter, ich muss ein bisschen Action nachzeigen. Doch, ich hab keine Action. Ja, wenn du nur stirbst, wenn du nicht gegen fährst? Ja, ich nehme jetzt mal einen Flieger und fliege rüber. Das ist mir viel zu weit zum Laufen. Okay, dann bin ich auch ein Flieger. Einfach irgendwie ein Ersport. Ja, komm. Ich warte sogar auf dich. Eingehende Operation? Die läuft doch schon. Hä? Mach jetzt auch trotzdem gleichzeitig eine Operation, oder was? Das ist schon ziemlich crazy. Nö. Doch, es ist gerade eine Eingehende Operation. Ja, aber... Wenn jetzt in der Forcing welche Operation losgeht, dann habe ich es prophezeit, ne? Ja. Bis jetzt endlich mal wieder. Ja, ich bin jetzt in der Luft auch. Wir haben 50% auf Flugzeuge. Geil. Bis hinter mir? Äh... Ja. Ich sehe dich gar nicht. Ja, aber du in der Kante nicht rausgesummt hast. Jetzt bin ich sogar fast über dir. Jetzt bin ich über dir. Jetzt bin ich über dir. Jetzt höre ich dich. Attacke! Was genau machen wir Attacke? Kannst du nicht? Nein, das war ein sehr starker Paar und Störbereich. Das ist eine Börserung für die Probit, oder? Nein, ich bin überlegt. Ich bin mal komplett weiter geflogen zur nächsten Base schon sogar. Dann battle-stich ihr mit einer Skype, von der du einfach nur wegkriegst. Ja, was soll ich machen, ich kann nicht kämpfen, ich suche mir die leichten Invertrieben machen. Ich habe ein Jagdding drauf. Frecher. Frecher. Mit Thermal geht das noch einigermaßen. Ich bin echt nur wie von dir. Ich bin echt nur wie von dir. Ich bin echt nur angeschossen und der andere hat sie getötet. Ich bin auch froh, dass du nicht dabei hattest. Ich bin immer froh, wenn ich dich dabei habe, Sven. Sonst würde ich ja immer sterben. Und den Inji weggenommen. So macht mir das doch Spaß. Das mag ich jetzt eigentlich wie auf dem TS. What? Ja. Ja, mag ich es mal wieder da. Ich bin einfach nur ein kleiner aus der Luft geschossen. So, jetzt muss ich mal landen. Aber ich kann das langsam, glaube ich. Die sind einfach nur doof, die Gegner. Meins von beiden. Nein! Irgendwas beschießt mich. So doof. Ja, wo war der Hoss denn? Zwei Operationen, das ist doch Käse. Zwei Operationen gleichzeitig. Ja, weil beide Kontinente einfach voll sind. Aber wir haben auch voll sind voll den Overpop. Das heißt, den gewinnen wir. Und mit dem nicht gewinnen, Alter. Auf Amerika haben wir auch Overpop. Nee, haben wir keine Overpop. Doch, sind wir erst aber. Nein, 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 nein. Nein? Nein. Nein, ich bin gar keine Inji. Och, fuck doch, die Hände. Wie kacke ist das denn jetzt, bitte? Jetzt bin ich einmal kein Inji und jetzt brauche ich Inji. Ich habe voll die Kills gemacht, aber mir das geil ist. Äh, ja, wer weiß, was ich meine, Leute. Irre. Genau, Markus hat Ahnung. Er kann zwar nicht spielen, aber er hat Ahnung. Krass noch. Was, krass? Dass jemand, der nicht mal spielt, mehr Ahnung hat, wie derjenige, der spielt. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Nur von Eve habe ich Ahnung. Puh. Oh, ich habe einen gekillt. Mit Coyote. Coyote? Eine Sauerkilten? Ja, aber eigentlich sogar mehr gesteuert, ja. Aber funktionieren nur Flugzeuge. Ja, gut, wenn einer im Weg steht, fetzen die auch weg. Schaden macht es ja dennoch. Natürlich, ich habe den gerade wieder Spawn-Huggekappt, wurde einfach komplett ins Magazin in die Tür reingehalten. Warte mal, ich muss auch munitionieren. Markus, haben die auch noch einen Flieger? Mit dem sie am Internet fliegen nicht. Mit seinen Skillfliegen? Ja, tu wir, wir sind eh gleich wieder auf K. Ich bin eh gleich da weg. Ja, das sieht man jetzt schon. Jetzt hört man wo alle. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Scheiße, verkehrte Richtung. Wo ist in die andere Richtung? Zoom, Zoom. Aber es haben wir auch noch nie gehabt, zwei Operationen. Nee, es gibt ja auch als Zeit im Siegpunkt des Systemen, und nachdem du das ja noch nicht mal gekannt hast. Oh, irgendwas beschießt mich. Ja, aber warum gibt es das jetzt zwei Missionen aus Kiesa, das verstehe ich nicht. Liegt es jetzt an der Bevölkerungsdichte dann? Keine Ahnung. Nein. Was ist denn hier an Ressicht, zwei Missionen zu machen? Du, das schneller geht. Die Missionen dauern jetzt auch nicht mehr zwei Stunden, sondern noch eine. Na, das stimmt. Oh, na, super. Jetzt lege ich mich hier noch mit dem Flugabwehrgeschütz an. Das ist, dass die Tarana-Technik nicht mehr funktioniert. Eine Stunde lang nichts tun und am Schluss einfach alles überrennen mit Overfuck. Ja gut, aber wenn man es kann? Ja, natürlich nicht. Ich weiß nicht, das können ja immer OP-Waffen. Die haben alle OP-Waffen. Ja, die waren das. Also, die waren, äh, in Konglomerater. Inkala. Die haben keine OP-Waffen. Die sind einfach nur Skiller. Ja, wir sind mega, die Skiller. Vor allem ich im Weaver. Entweder das oder einfach du. Scheiße, die Anti-Erkter sind besetzt da oben. Ja, die sind ein bisschen nervig, ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Na, muss ich mal wegfliegen und verwaffieren. Nein! Musst du zerstören, wollte ich das sagen. Ja, wenn ich hinkommen würde, ohne zu sterben. Das wäre was. Aber ich fliege jetzt schon ewig mit meinem Weaver. Hast du jetzt auch ein Weaver, Markus? Nein, hast du nicht. Das ist kacke. Ne, sonst wird man nämlich irgendwo anders dahin fliegen, wo ein bisschen mehr Leute rumrennen. Nämlich gegen Erg Torrance kämpfe ich nicht. Im Laptark nicht. Kämpfst du nicht unter deinem Niveau oder was? Ja, unter meinem Niveau und über meiner Panzerung. Sieh dann Weaver, Markus. Das ist ein Befehl vom Stellvertretenden-Trupp. Mich hat wieder ein McRider aus der Luft geschossen. Wie schaffen die das eigentlich immer? Das hat einen Lappen. Liegt irgendeine Schleife, drückt weit oben, macht eine Rückwärtspalte und bam, so wie sie montiert in den Luft. Kann ich gegen eine Lipp gewinnen? Ja. Ja. Wenn die anderen besorgen sind, ne? Praktisch kannst du gegen eine Lipp gewinnen. Ja, ist tot. Wir können zum Mulder gehen. Wohin? Macht Point. Hauptsache weg von hier. Wer ist nebendran? Da sind sehr viele Gegner und Komp-Verbündete. Die brauchen Hilfe. Ja, die brauchen Luftunterstützung, sagen sie. Ja, kriegen sie. Ja, komm, der Stolzkampfbomba. Nee, ich glaub, die haben nicht nur eine Komp-Understützung. Oh, nein. Brauchen sie auch nicht. Warum? Hast du dich jetzt selbst getötet? Oder warst du so viel Anti-Air? Ja, so viel Anti-Air. Zwei Kills. Und? Wie lange bin ich in fünf Minuten geflogen? Ja, ich hab auch gerade gezogen. Dann warte ich hier nochmal schnell auf dich. Oh, fuck, man. Ja. Kommst du wieder? Ja, dauert einen Moment. Fuck, da war viel zu viel Anti-Air. Das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Ja, fliegchen. Warte, ich komme. Wo bist du? Hab dich überholt. So, Attacke. Jetzt bist du noch nicht. Du wirst mich auch nicht überholen. Warum? Du bist auch immer noch hinter mir. Ich bin neben dir. Geh mal vor, geh mal gucken. Geh mal gucken. Ich klicke wahrscheinlich eh gleich wieder McRae in den Schuss ab. Da oben steht irgendwas. Ja, da hat die Airwax. Ja, hab gewusst, dass da McRae steht. Ich hab nur noch mal gucken wollen, ob sie wirklich da steht. Ich muss erst mal zwischenlanden. Erst mal... Nein, 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 nicht töten, nicht töten. Nächster, McRae. Nee, Anti-Air-Geschütz. Zum Glück haben wir halber Preis heute, ne? Da kann man mehr pflegen. Und die haben da echt ne gute Anti-Air aufgebaut. Kommen wir nicht bei, das ist das Problem. Wie wär's mal gegen Tarana kämpfen? Also oben ist auch nichts. Da ist auch Todehose. Wir haben die Teilen Overpop. Wir haben 50% der Kontinentbevölkerung. Hallo? So, hattest du. Ich muss hier weg, das gefällt mir nicht da unten. Ja, ich geh mal... Warum bin ich jetzt... Wo bin ich? Warum? Warum spaw ich an deiner Base, wo gar nicht spawnen kannst? Obwohl ich auf den Sundy geklickt hab. Ich will hier spawnen. Ja. Eine langweilige Sache hier. Wir sind ja auch keine Gegner. Das ist ja auch langweilig. In der Welt, wo ich bin, das sind schon Gegner theoretisch. Ja, das ist eine Max, die am Spawn steht. Ja, und da fährt ein Sundy. Und da hinten läuft ein Heavy. Und da hinten ist noch eine Max und noch eine Max. Also kriegt was hin da. Wir haben nur 49% Weltbevölkerung, bitte. Ah, die haben keine Chance, das Ding zu bekommen, die... Ah, doch, ja, da. Aber die haben keine Chance, das Ding hier zu bekommen. Wir haben natürlich alle Dinger zerstört, Terminals, oh Gott. Ja, für was brauche ich jetzt bitte? Ne, heute ist echt kein guter Tag. SKA in Gefahr. Das zerstören wir noch die SKA. SKA in Gefahr. Ich hasse meinen Hohenart. Oh, da ist ein McRider, der ist explodiert. Irgendwas beschießen sie noch. Ich weiß nicht, was sie beschießen, aber sie beschießen noch was. Ich bin bei Nacht, das ist einfach zu heftig. Ist das Nacht? An Nacht. Das sieht bei mir aus wie Tag. Bei mir nicht. Da vorne ist ein Sander, aber komm rüber, Sven. Bei mir, ich brauche Luft. Luftdeckung. Wo ist rüber bei mir? Da, wo ich bin. Wo bist du? Sanderer. Ja, das fliege auch nur mit in deiner Nähe in Achtung, okay? Brauche mir Luftdeckungsschützung. Geradeaus vor. Ein Sanderer. Vielleicht bin ich gleich wieder tot. Du bist nur einer. Aber du hast beschossen. Ja, Anti-Air. Ja, aber das ist ein Geschütz. Das hat mich eben schon geholt. Ich hole mir das jetzt. Ist es das Säuresteer? Oder kann ich da drin laufen? Ja, der Sanderer hatte Doppel-Anti-Air obendrauf. Danke für den Tipp. Hab du gesagt, er hat Anti-Air. Naja, aber das ist das AR-Geschütz, was hier hüben. Ziemlich fern. Nein, der Sanderer hatte zwei Wocker obendrauf. Ja, aber das, was ich meine, hatte ich auch ordentlich gefickt. Mir hat mir fast gar keinen Schaden gemacht. Ja, super. Aber der macht mir jetzt ordentlich damage. Auch was immer das er möge. Achso. Schütz. Wollen wir uns meine Lipp ziehen? Moment, ich will, dass das Anti-Air-Geschütz hier töten. Nein! Oh, Mann. Ja, mit dir was. Ich habe die Panzer-Killer, die Schredder und die Walker. Oh, ich will die Schredder. Die Schredder ist geil. Natürlich. Die nehme ich. Ich habe es noch verhaftet, aber es ist noch besser wie nichts, oder? Ja, aber Schredder ist cool. Weil eigentlich fliege ich ja diese Geschosse hier nicht. Da kann ich schon reinsetzen und schöne Aufnahmen machen. Weil eigentlich bin ich ja derjenige eher so für kleine Panzer, also Lightning, so für maximal Größe. So klein. Weil Kyrie finde ich geil. Viva finde ich geil. Harissa finde ich geil. Und so alles, was irgendwie größer wird, liegt mir nicht mehr so. Mal gucken. Ist eigentlich mit der Lipp genauso. Auch nicht so meine Stärke, die Lipp. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie Autorep oder so drauf habe. Warte mal. Ähm. Liberator. Nichts gut. Hätten wir das auch geklärt. Bedeutet, wir müssen landen, falls wir irgendwas kriegen. Ja, ich bin sogar Inchi. Was ist der Scheiß? Geiler Scheiß. Und hast nicht mal Thermalssicht. Auf Hose. Nichts. Weil ich die nicht benutze im Normalfall. Das ist dann Serti-D mal, weil du hast sonst nichts zu tun am Tag. Spiel mal ein bisschen Serti-D. Ich habe noch nicht mal meine Max fertig gesetet. Und die sind mir einiges wichtiger, weil die spiele ich, weil das macht mir inzwischen richtig Spaß. Ja, aber ich sehe nicht mal, ob da irgendwo ein Gegner ist oder so. Ja, cool. Ich wollte gerade schon wieder E drücken. Du wirst mich E drücken. Ich bin Inchi, ja, dass ich sterbe. Da ist nirgends ein Gegner. Ero ist klar. Ja, Peewa. Was ist da? Mal langsam stopp, stopp, stopp. Da ist was. Na, da ist Markus gestorben. Das kannst du weiter pflegen. Hier ist nichts. Doch, da schießt irgendjemand, du was. Da ist meine Base. Sven? Ja, ich habe drauf geschossen. Alter, es leckt so derbe. Mach mal das. Mach mal ein Schuh. Ich weiß nicht mehr, was da schießt. Die schießt mal zurück. Der ist anti-airgeschütz von der Base. Nee, da war noch zwischendrin noch irgendwas gestanden. Alles hat uns so eingestellt. Geschenk Terraris anti-airgeschütz. Alles klar. Das wird wieder so gut wie neu sein. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Und somit beende ich auch diese Aufnahme für dieses Mal, weil nach 40 Minuten immer das Spiel abkackt. No, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. 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 Tschö.